Stell dir vor, du gehst mit deinem Freund oder deinem Crush ins Kino. Momentan sehe ich überall nur Barbie, deshalb gehen wir mal davon aus, ihr guckt euch auch den neuen Barbie-Film an. Was sieht man da am besten an? Ganz viel Pink. Deshalb dachte ich mir, mehr ist mehr und wir übertreiben da gerne auch ein bisschen. Sucht euch einfach möglichst viele Sachen aus eurem Schrank, die pink sind und zieht sie einfach an. Da kann man auch ruhig mal ein bisschen Overdust ins Kino gehen. Was aber noch viel lustiger ist, sprecht euch ab, dass ihr beide verkleidet. Komm, vielleicht verkleidet er sich ja als Kind.